Prozent der ja also da war wieder ein kleiner Cut wir haben jetzt blöderweise auch für den Endligner übersprungen also zumindest für die Aufnahme keiner hat was hinterlassen ist ja klar es kommt der Mark da und labert aber aber Tralala 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 Pfade Oh ja, jetzt haben wir die erste passive Fähigkeit Das ist ein besser Jagdfieber taktischer Vorteil Witzend Keine Ahnung Du warst doch auch Dämonier Ja, aber ich weiß nicht wie die Sachen heißen Rennenden Höllen Immer wenn ihr salte oder Rauchwolke Einzelse der Ausweichschule Sein salte rückwärts macht Wird eure Bewegungsgefühl Zwei Sekunden lang Um 60 bis dahin erhöht Oder alle 10 Sekunden macht euer nächster Distanzangriff Das Ziel Drei Sekunden lang Bewegungsunfähig Musst du selbst entscheiden Ob du Rauchwolke und so scheiß machst Ja, muss ich nicht Wo ist der Albert eigentlich? Auch hier Aber er sagt nichts mehr Was müssen wir machen? Wir haben keine Quest Ich Das muss nur Ja, aber wir waren Nach Wort haben Ja, weil Albert steht hier rum Oh, Albert Das ist ein richtiger Fotz, Alter Hm Aber wo bist denn du immer zu? Ist doch nicht mal da Nicht? Nein Ich schmiede mir jetzt halt erstmal was Rüstung schmieden Erfordert Level 25 Alles klar Kann ausgerüstet werden Ähm Nee Kauf dir doch was irgendwo Nee Jetzt hab ich mir schon drei Schulterhandschuhe Äh, Handschuhe Oh, Mann, warum machen die alle weniger Schaden? Ach, lahm Das ist alles ab Stufe 35, Alter, hier Einen Gürtel könnte ich einen neuen gebrauchen Schmied ich mir halt meinen Gürtel Alba, du Fotze Jawoll So, was haben wir denn hier noch? Ich hab' ja noch mal Ne, die Frage aber noch aufnimmt Ja, wenn der noch drin ist, dann wird er schon noch aufnimmt Ja, wenn der noch drin ist, dann wird er schon noch aufnimmt er dann macht doch wenigsten Aufnahmepause und sagt was er sagt irgendwas bevor du weg gehst weißt du wir stehen hier sinnlos rum und warten Scheiße warum habe ich jetzt keine Handschuhe mehr und so ist es ja zu laut bei dir Albert was laut bei dir rauscht grad übelst oder eine Ahnung weiß ich nicht ist mir auch relativ weil er Mikro leise sein doch geht jetzt gleich er ist es weg sei sehr geworden seit Jahren das das aber ich weiß das ist ich schaue die Schaden machte mittlerweile 28,16 doch ich dachte ich hätte ich hatte er ist auch wohl drauf gell Albert dann auch mal stufe 10 das sagt wieder nicht doch ihr könnt mir das war genau auch das waren schon wieder keine Feinde ein was halt ist geil irgendwie hat dann mal aus dem Gefecht raus dann von weiter aus weiter weg angreifen da kommt etwas fehl so dass von uns der Wolle und mit dem Fehlgott der Dornen Nö. Verdammt! Schade! Annehmen! Hä, wo seid ihr denn? Es kommt eine Sequenz! Ruhig! Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben! All dieser Schmerz... All diese Zerstörung... Was... was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Mein Meister Belia jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann... Nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist! Am Ende wird die Klinge doch mir gehören! Unkel... Du darfst nicht sterben! Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert... muss wieder zusammengefügt werden. Ganz wie ich vermutet habe... Das Schwert... stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde... ist ein Engel. Achtet... auf das Tagebuch! Die Wahrheit... befindet sich... darin... Uuuhh! Lamm! Voll auf den Kopf gefallen, Alter! Oh! Kommt gleich wieder Albert's PC so... Neeeeeeen! Ben! Mein PC wird ja auch noch mal einiges lauter, wenn meine Grafikkarte da ist. Oh Albert, das nervt, gell? Das nervt! Langweilig... Deine Mutter! Auf dir mal, bis das Herz hat Albert! Das ist besser. Nein! Doch, das nimmt nur dann zu und zu gut auf. Nee, zu schlecht, dass wir da endlich aufnehmen. Was? Weil wir haben eine gute Geräuschfilterung. Ganz genau. Hm. Würstchen. Würstchen. Oh, was hat man jetzt hier? Oh man, nur Müll! Ich habe immer noch keine Schulterplatten und kein Ring und keine Amulette. Ich schon Leben habe ich. Ich habe 386. Na du auch. Echt du? Das ist mehr. 366. Und ich habe 177 Rüstung und mache 28 Fahrzeuge. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Wirklich ein Disziplin. Das scheiß gelbe Viech hier, ey. Ach. Ist hier was? Ne, nur Eiersäcke. Na was denn? Sei es doch so. Ich habe einen Eiersack gefunden. Ne, ne. Ach, das hat mal wahnsinnig blaues hinterlassen. so was kann man hier ein Wanderhut ein Wanderhut hier für den jetzt überhaupt ich habe gar nicht abkommen vom Zauberer ein Goblet Scheiße den muss ich einstieg aber du hast magischen Kraftstein weggeschmissen für den Mönchengen